In vielen Berichten wird zurzeit ein düsteres Bild gemahlen über die Zukunft unserer Kirche. Die einen erzählen davon, dass in wenigen Jahren unsere Kirchen leer stehen werden und als traurige Denkmäler an eine christliche Epoche erinnern. Mich macht es sehr traurig, dass viele Menschen unsere Kirche verlassen und sagen, in dieser Kirche habe ich keine Heimat mehr. Seit Corona sind viele unserer Kirchen am Sonntag deprimierend leer. Und seien wir ehrlich, viele Menschen haben Angst, wie es denn weitergehen soll in unserer krisengeschüttelten Welt. Krieg nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit. Verheerende Katastrophen, Millionen Menschen auf der Flucht, Angst vor dem nächsten Winter. Für viele geht es ums nackte Überleben. Immer häufiger erfährt der Mensch seine Grenzen. Die Wissenschaft wird wieder bescheidener und die Menschen an den Schalthebeln der Macht werden demütiger. Ja, das prägende Merkmal der vergangenen Zeit war, Dem Menschen ist bald nichts mehr unmöglich. Statt dem Wort der Bibel, bei Gott ist nichts unmöglich. Das Wort Gnade wurde ersetzt durch das Wort Leistung. Vor einigen Tagen hatte ich in einer Gemeinde im Bayerischen Wald folgendes Erlebnis. Eine große Schar von Menschen haben das 200-jährige Bestehen ihrer Dorfkapelle gefeiert. Ich habe ihnen gesagt, das darf euch stolz machen. Diese Kapelle wurde von früheren Generationen erbaut und ihr haltet sie heute noch in Ehren. Viele von euch kommen regelmäßig hierher zu Gebet und Andacht. Ich danke euch für eure Treue und für euer beherztes Glaubenszeugnis. Wir sehen, gerade wenn die Kirche äußerlich an Boden verliert, gewinnt sie neue Kraft durch das Beispiel glaubensfroher Menschen. Wenn sie an diesem Sonntag in die Kirche gehen, werden sie hören, wie die Apostel Jesus bitten, Herr, stärke unseren Glauben. Und Paulus spricht seinem Freund Timotheus Mut zu, weil er drauf und dran ist, aufzugeben. Timotheus, halte dich im Glauben an Jesus Christus fest. Und den Firmlingen habe ich es in der letzten Firmung in meiner Sprache ans Herz gelegt. Nehmt Jesus mit hinein ins Leben, da seid ihr nie ausgeschmiert. Das ist mein Wunsch für uns alle, dass in der Zukunft wieder viele Menschen sagen, wir möchten auch gerne zu euch gehören. Bei euch spürt man, da ist Gott zu Hause. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.